Ich lerne Deutsch. Nummer 7695 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Zu Hause fühle ich mich am wohlsten. Zu Hause fühle ich mich am wohlsten. Welche Fotos sollen für den Katalog verwendet werden? Welche gefallen dir am besten? Welche Fotos sollen für den Katalog verwendet werden? Welche gefallen dir am besten? Es gibt einen Besprechungsraum, in dem wir uns jeden Morgen um 9 Uhr treffen. Gleich werfe ich den Brautstrauß. Gleich werfe ich den Brautstrauß. Ich bin gespannt, wer die nächste Braut sein wird. Gleich werfe ich den Brautstrauß. Ich bin gespannt, wer die nächste Braut sein wird. Kannst du die Wirkung von Dankbarkeit auf unser alltägliches Glück spüren? Kannst du die Wirkung von Dankbarkeit auf unser alltägliches Glück spüren? Du scheinst den Duft zu mögen. Kannst du mir sagen, wie diese Rose riecht? Du scheinst den Duft zu mögen. Kannst du mir sagen, wie diese Rose riecht? Ein Hochzeitsplaner übernimmt die gesamte Hochzeitsplanung oder nur einzelne Aufgaben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.